Hallo und herzlich willkommen zum ersten Minecraft Video. Wie angekündigt erscheinen sie doch früher als ich dachte. Ich habe jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm und damit läuft's. So, das hier ist mein Haus. Hier ist so eine kleine Agile Erkerbe. Da, Büchereiladen, Werkstatt. Und mein Butler beschwert sich gerade wieder übelst. Wo ist der? Ist der hier im Keller? Nö. Hey Butler, ach, was machst du denn da? Den Ofen anwärmen? Okay. Draußen ist scheiß Wetter gerade. Mein Haus ist noch nicht ganz, äh, möbilisiert, sag ich jetzt mal. Also mit Möbeln vollgestopft. Das kommt noch. Auch draußen fehlen irgendwie die Gartenmöbel. Hier haben wir eine kleine Gartenhütte. Hm, dann zeige ich euch mal die Stadt. Alter, das ist mich jetzt verarschend. MML, Flugzeugindustrie. Also heute zeige ich euch die, ähm, von mir selbst gebaute Stadt. Ich hoffe, sie gefällt euch und, äh, schauen wir uns die mal an. Die ist schon ein bisschen groß geworden. Wir fangen einfach mal mit der Gegend hier hinten an. Also, diese Gebäude hier sind belegt. So, weil ich so ein kleines Dorf machen wollte. Und daraus ist dann so eine Stadt geworden. Hier haben wir dann, ähm, und das ist das Haus, worum es in dem ersten Video gehen sollte. Aber mein altes Aufnahmeprogramm hat da wohl kein Tipp zu gehabt. Und dann musste ich halt das allererste Video auf meinen Kanal mit Kamera aufnehmen. Und da, naja. Das, das Video ist wohl nicht so der Renner. Naja, jetzt kommen halt die Minecraft Let's Plays und... Tja. Mir fehlen gerade die Worte. Ähm, hier haben wir dann halt ein paar Häuser. Dann kommen wir hier hinten ins Geschäftsviertel sozusagen. Da ist auch schon die Schule. Die zeige ich euch jetzt auch mal. Ähm, gleich könnte es etwas laut vor lauter Villager sein, weil... Hier sind denn doch ein paar zu viele drin, ne? Also hier ist der Schulhof. Hier in der Ecke will ich dann noch so Tischtennisplatten reinmachen, wie man es halt so kennt. Dann gehen wir doch einfach mal rein. Schuleingang, willkommen. So. Ja, Klasse 5a, Raum 1. Ist halt schon alles fertig so von innen. Die Schule ist komplett fertig. Auch Möbel. Ich nenne es jetzt einfach mal Möbelisiert. Möbeln vollgestopft. Dann haben wir hier unten so einen kleinen Kellerbereich. Man hört es schon. Hier hinten geht es zur Turnhalle. Da gehen wir gleich hin. Dann geht es hier rein. Und... Dann geht es hier halt so lang mit allen Klassen. Das hier mache ich auf jeden Fall noch weg. Das wird hier beschlossen sein. Und... Die wird jetzt schon annerven. Gerade übelst. Aber naja. Dann ist hier halt das Lehrerzimmer. Hier sitzt der Direktor oder Direktorin. Jemand. Je nachdem. Warte mal. Wo geht es zur Dingens? Keine Ahnung. Hallo. So. Es geht... Natürlich in die falsche Richtung. Junge um Kleide. Du hast hier schon mal nix verloren. Wie immer. Ey. Da steht es. Junge um Kleide. Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Hier hinten geht es zur Mädchen um Kleide. Lehrer um Kleide. Dann haben wir hier die Turnhalle. Die ist eigentlich ganz gut gelungen. Groß finde ich. Dann haben wir hier halt... Okay. Mobilisiert habe ich gesagt. Gerätschaftisiert. Ist sie nun nicht. Gerätschaftisiert. Nachher wenn ich richtig viele Videos habe, werde ich mich darüber todlachen wahrscheinlich. Und hier ist halt auch ein Bereich. Bereich. Wieso sage ich Bereich und nicht einfach... Gerätehalle. Sportgerätehalle. Okay. Das wäre es dann eigentlich schon mit der Schule. Und... Ach man, warum muss es regnen? Ganz ehrlich, warum? Gut, dann gehen wir weiter. Hier hinten ist dann eine kleine Bäckerei. Ähm... Mit schnellem Biss. Nur herein. Da ist schon jemand. Hallo, was hätten Sie denn gerne? Hallo, was hätten Sie gerne? Hm, haben wir nicht mehr. Na gut, kommen Sie... Kommen Sie später wieder. Tschüss. Dann haben wir hier ein Bankgebäude. Das ist ziemlich groß eigentlich schon. Und... Tja, beim Bau ist mir leider ein bisschen... Ähm, ja. Ist mir der Platz ausgegangen, innen drin. Man sieht es etwas eng. Ähm, tja. Leider laufen muss Alex noch leeren. Ach, warte. Habe ich was vergessen? Hier geht es zum Tresorraum. Hab ja gesagt, Bankgebäude, alles vollgestopft mit Gold. Nein. So. Oh. Dann geht es hier hoch zum Konferenzraum oder Geschäftsessenraum. Okay, die Aussicht ist jetzt gerade nicht so berauschend, wie ich dachte. Ist etwas störrisch mit den Pfeilern, sag ich mal. Mit der Außenfassade. Ach ja, dann haben wir hier einen Kindergarten. Schön bunt, so wie sie es gehört. Gehen wir weg hier. Dann haben wir hier noch einen Tower mit wesentlich mehr Platz. Was steht hier? MML Hauptsitz. Kann ich nicht mal durch Türen gehen? Oh. Ding. Von hier oben hat man eine gute Aussicht. Leider muss ich da noch reinmachen. Oh, es hört auf. Endlich. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Ach, hier ist die Bibliothek. Bücherei. Viele Bücher. Die sieht hier so aus. Das ist richtig cool, finde ich. Das war es eigentlich schon. Ach ja, jetzt zeige ich euch, worum es im eigentlichen Video gehen sollte. So. Um dieses Haus. Das wollte ich im ersten Video zeigen, wo ich das gerade baue. Aber da hat sich das Aufnahmeprogramm gedacht. Nö. Noch kein Minecraft Video. Du musst warten. Leider, leider. Technik ist eben eigens, eigenwillig. Immer wenn es drauf ankommt, dann... Tja. Dann ist weg. Das war es eigentlich schon mit dem ersten Video. Schaut auf jeden Fall öfter in meinem Kanal vorbei. Jetzt kommen ja öfter YouTube-Videos. Viel auf kann ich nicht sagen. Kommt immer drauf an. Und naja. Äh, ciao. Tja.